Lösung? Es ist Antwort B. Tomate bei Rot, Rot, bei Grün, Dunkel. Grüne Paprika bei Rot, Dunkel, bei Grün, Grün. Rot und Grün sind sogenannte Komplementärfarben oder Gegenfarben. Das heißt gemischt bzw. kombiniert ergeben sie einen neutralen Grauton. Beleuchtet man ein rotes Objekt wie eine Tomate mit weißem oder rotem Licht, nimmt sie dieses auf und gibt rotes Licht als ihre charakteristische Farbe wieder ab. Beleuchtet man sie mit grünem Licht, fehlt genau der rote Anteil, sodass die Tomate kein rotes Licht abgeben kann und dunkel wirkt. Bei der grünen Paprika ist es genau umgekehrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017